Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3 auf der PS3, meine liebe Freundin. Ja, ich habe heute mal gute Laune mitgebracht, aus dem Grund, weil ich nämlich mal seit fast vier Wochen jetzt wieder aufnehme, weil ich so viel produziert habe und ja, nicht so viel gelabert, machen wir gleich los, natürlich geht es diesmal in Deutsch. Ja, so, was gibt es Neues zu erzählen? Eigentlich nicht so, nur ich habe immer so viel zu tun, also das heißt, weniger Zeit für die Aufnahmen, aus dem Grund, weil ich nämlich noch die letzten, boah, drei Wochen habe ich so letztendlich aufgenommen, Also ziemlich lange, sagen wir mal, habe ich es aufgenommen und muss im Moment viel privat daheim regeln, auch wie, ja, okay, ich glaube, ich mache es so, okay. Kommen die nicht hier drüber oder was? So. Ach, da war er mal. Kahnfeld aktiviert. Nanovision aktiviert. Ich muss ja vorraum gehen. Ich muss ja, da war er. Das ist ja, da war er. Ich muss ja runtergehen. Warte mal, ich muss es kurz gucken Das ist die Runde weiterlaufen, ne? Wtf, okay, jetzt ist es irgendwie ein bisschen blöd Was ist das, Rache? Nördliser, wo ist Nördliser? Hä? Wtf? Geht nicht Wtf? Jetzt bin ich wieder ein bisschen verwertet, es geht jetzt wieder eine Weile los Maximale Panzerung Nördliser, wo Nördliser? Ey, was ist, glaube ich, der Spielstand neu starten? Also, das ist schon wieder so eine chaote Folge Bis ich wieder alles gefunden habe, naja Gut, äh Ich würde sagen, wir machen hier ein Watt Dann würde ich sagen, bis wir hier Den eine Äh, gefunden haben Machen wir einen Code So, hallo und herzlich willkommen zurück Ja, es hat insgesamt eine Viertelstunde gedauert oder so Ja, und äh Maximale Panzerung Nanomission aktiviert Okay Was ist sie Was ist keine Und Ein Sch� Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So Okay Dann wollen wir mal, ähm, schall die ab Die ZDF, die ich kenne, sind unkoordiniert, brutal und strategielos Wie gesagt, nur noch ein paar wenige und die sind nur rausgekommen, weil wir den Turm zerstört haben Möglich, sie verhalten sich wie Tiere, nicht wie eine Schwarmintelligenz Wo ist der Alpha, Seth? Vergiss ihn, ich bin zwischen Stalkern und Cell eingekeilt Komm durch den Lockschuppen zu mir rauf Nanovision aktiviert Okay Okay Ich weiß, ich muss doch runtertauchen, ne? Na, wie komme ich denn da hoch? Manovision aktiviert Okay Okay, wie soll ich das machen? Manovision aktiviert Okay, wo soll ich es hier jetzt lachen? Okay, wo soll ich es hier rein? Hä? So, jetzt bin ich doch ein bisschen total verwirrt. Ich komme jetzt gerade nicht weiter. Soll. Sorry, ich hänge jetzt hier gerade fest. Ich weiß, dass ich gerade ein überlegendes Kante schon noch ziehe, dass ich ein bisschen weiterkomme. Kommt der irgendwie nicht hoch? Na ja, ein bisschen kurzer Folge. Na ja, ich würde sagen, die Folge ist ein bisschen kürzer, weil ich hier jetzt echt nicht weiß, wie ich hier weiterkomme. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Aufs Hof und die Stahls Gaming. Tschüss. Tschüss.